Hallo meine Lieben, vielen Dank für eure Likes und eure Kommentare bei dem letzten Video. Das bedeutet dann ja wohl, dass ich eine nach dem Wald verbringen werde und das ein bisschen filmen werde. Ich freue mich sehr darauf und heute möchte ich Kommentare beantworten. Ich dachte mir, das können wir auch mal wieder machen. Es gibt ein paar, vor allen Dingen jetzt bei dem letzten Video und ich fange einfach an mit dem Nikolai. Ich lese nie die Nachnamen vor, vielleicht möchte das jemand nicht, deswegen gibt es immer nur die Vornamen. Nikolai hat geschrieben, jedes Mal, wenn du über soziale Phobie sprichst, sprichst du mir aus der Seele. Ich finde es cool, dass du diese Videos machst. Mach weiter so. Vielen Dank für deinen Kommentar. Ja, ich mache ja auch sehr gerne Videos. In letzter Zeit hat das nicht geklappt, die letzten Monate, weil ich einfach, manchmal ist meine soziale Phobie einfach stärker und dann versuche ich das zwar, das sage ich ja oft, ich habe wirklich so eine Lust darauf, mir macht das einfach Spaß, aber dann fange ich an und dann merke ich, wie die Angst hochkommt. Wenn ich vorher noch ganz frei reden konnte, sobald dann die Kamera an ist, dann auf einmal fängt es an zu hadern und dann verliert man den Faden und da hat man einfach keine Lust mehr. Da ist man deprimiert, da macht man nicht weiter, weil einfach nur Scheiße bei rauskommt und dann lasse ich das sein. Deswegen gibt es manchmal sehr lange keine Videos, aber ich kann euch sagen, ich versuche das sehr oft. Im Winter hat es so schön geschneit, ich habe euch da mitgenommen, die Kamera mitgenommen, mein Handy ist die Kamera und wollte dann filmen. Ich fange an, irgendwie vorher locker flockig war ich drauf und ich mache das Ding an und ich merke irgendwie, wie ich nicht mehr weiß, was ich sagen wollte überhaupt, wie ich rumhader, rumlispel und so. Ich versuche dran zu bleiben, aber ihr wisst ja, wie das ist bei mir. Ich hatte auch einige Tage mit der sozialen Phobie, die wirklich für mich ganz schlimm war. Meine Schwiegermutter hatte Geburtstag und ich dachte wegen Corona, dass nur meine Schwiegermutter da sein wird und meine Schwägerin höchstens und eigentlich war ich nicht so ängstlich, aber es fing dann an, wo wir da hingefahren sind, dort geparkt haben, dann sah ich schon sehr viele Autos und ich dachte mir nur so, hey, was soll der Scheiße, wir haben Corona, wieso sind da so viele Leute, ich gehe wieder nach Hause, habe ich kurz mit meiner Frau gestritten, wegen meiner Angst, wegen meinen Ängsten kommt das so, dass ich dann in dem Moment wirklich richtige Panik bekomme, dann habe ich gesagt, hier sind viel zu viele Leute, hier gehe ich nicht hin, was soll denn die Scheiße und meine Frau hat gesagt, geh, das hat sie gesagt. Ich war sehr verletzt, aber natürlich, ich verstehe auch Sie, wenn meine Ängste dann so reinknallen auf einmal, in dem Moment ist das natürlich auch für Sie sehr unschön. Ich bin dann trotzdem rein und bin gleich in den Raum rein. Ich habe nicht mal meine Jacke ausgezogen, ich hätte mal meine Jacke ausziehen sollen, runterkommen sollen irgendwie erstmal, aber ich gleich in den Raum rein und dann waren da wirklich einige Leute und mir war das so unangenehm, ich bin sogar rot geworden und das hatte ich lange nicht mehr, dass mir was so peinlich ist. Und auch, ich war so aufgeregt, jemand hat mich gefragt, wie alt meine Tochter ist, ich wusste das in dem Moment nicht, weil ich so aufgeregt war, noch peinlicher, ja. Peinlicher konnte der Abend gar nicht mehr sein, weil man sich einfach blöd vorkommt, wie behindert oder verhindert irgendwie geistlich in dem Moment. Das ist auch so, wenn ich ja die Videos mache und dann kommt die Angst dann auf einmal, Hallo meine Freunde, heute mache ich ein Video für euch. Dann ist manchmal so, dann ist einfach diese Grundstimmung so am Arsch, da kommst du gar nicht mehr raus, ja. Das wird dann nur noch schlimmer, weil du dann mit Gewalt versuchst irgendwie deine Angst zu hintergehen, ja. Und dann wird alles eine Katastrophe, danach hast du keinen Bock mehr. Jedenfalls, wo meine Schwiegermutter Geburtstag hatte, habe ich dann mir ein Stück Kuchen geholt. Ich habe gleich gedacht, komm, äh, schnell was, dann hast du was in den Händen, was zu tun, kannst dich darauf konzentrieren. So, der Fokus liegt wahrscheinlich dann nicht so auf dir, auf dich. Das habe ich dann auch gemacht, das war gut, aber an dem Tag, ich habe sie lange nicht mehr so stark gespürt, meine soziale Phobie. Und ich war glücklich, als ich gehen konnte. Mein Gamechanger ist mein Hund, ja, der kann nicht so lange alleine bleiben. Und dann kann ich immer nach einer Zeit sagen, so, jetzt muss ich mal nach dem Hund gehen, gucken gehen. Und dann konnte ich gehen, ich war so erleichtert, mir ist so ein Stein von meinen Schultern runtergeflogen. Das war mir so unangenehm, ich habe auch danach geweint, ich war emotional ein Frack, ich war ein Frack danach. Ich hatte keine Lust mehr zu leben, kurzzeitig. Ja, das ist verrückt, oder? Verrückt. Aber es hat sich so angefühlt, es war einfach deprimierend, dass, wenn die Angst so stark ist, da denkst du, du willst ja auch Leute treffen, du möchtest Leute treffen, das genießen und so. Und dann ist das nicht so. Und dann fragst du dich überhaupt, warum machst du es dann, wenn du es ja eh nicht genießen kannst. Aber eigentlich willst du es ja, wisst ihr, das ist so ein Kreis, der sich dann immer weiter dreht und dann hat man einfach auf gar nichts mehr Bock. Dann habe ich ein bisschen geweint, ja, hatte auch darüber dann ein Video gemacht, aber das habe ich nicht hochgeladen, weil ich möchte ja auch nicht da zeigen, wie ich da rumheule. Und da, ja, ihr könnt es euch ja vorstellen, wenn ihr auch so Ängste habt, wie sich das da angefühlt hat, wie das war. Das war als wäre, boah, die Welt ist untergegangen kurzzeitig. Und das war auch die Zeit, wo ich das dann mit dem Video so nicht geklappt hatte. Ich war einfach ein bisschen so deprimiert und unzufrieden, sehr unzufrieden, dass ich die Dinge nicht so hinbekomme. Ja, aber ich wollte ja die Kommentare eigentlich vorlesen, meine Freunde. Deswegen geht es mal weiter. Nikolai, Dankeschön für deinen Kommentar. Der nächste Kommentar ist von Brutus. Mach das, fahre auch immer raus in die Natur campen, wenn die Ängste mal wieder eskalieren. Ja, ich kann es auch nur jedem empfehlen, auch wenn man Depressionen hat. Spazieren gehen ist wirklich eine große Hilfe. Man kriegt den Kopf frei, man sieht viele Dinge. Und wenn man das ein bisschen extremer macht, also einfach geht und geht und geht, dann kommt man auch an so einen Punkt, wo man weniger Gedanken hat. Und das hat mir bei meinen starken Depressionen immer sehr, sehr, sehr viel geholfen. Wo ich damals in Leipzig war, war ich immer spazieren und habe Fotos gemacht. Und das, beides so gepaart, das war wirklich, das war sehr hilfreich. Weil wenn ich Fotos gemacht hatte, darauf hatte ich Lust, so wie Film. Dann habe ich so die Eisenbahn fotografiert. Ich kann euch mal ein paar Bilder hier einblenden, die ich noch so finde von früher. Die habe ich auf so eine Facebook-Seite dann gemacht. Ja, das hatte mir dann Hoffnung gegeben, irgendwie Fotos zu machen. Man brauchte irgendwie immer Dinge, die man macht, um nicht irgendwie einzugehen, wie so eine Blume ohne Wasser. Und das hatte ich dann gemacht, das hat mir sehr geholfen. Also spazieren gehen ist wirklich eine super Sache. Dankeschön, Brutus, für deinen Kommentar. Dann geht es weiter mit Beat oder Beat. Ich weiß es nicht genau. Hey Sebastian, sei ermutigt. Deine Videos sind so offen und ehrlich. Super, wie du vieles immer mehr genießt. Dankeschön für deinen Kommentar. Ja, ich versuche es, besonders versuche ich es, wenn die Ängste, so wie jetzt im Moment, nicht so stark sind, dann denke ich mir einfach, ich habe keinen Bock mehr auf diese Sozialphobie. Ich scheiße drauf. Das klappt wahrscheinlich nicht so. Aber ich sage es mir und versuche dann, diesen, 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 diesen Anker zu nehmen und dran zu reißen und ich versuche, was zu ändern, ja, dass ich lauter rede, dass ich mehr rede und so weiter, dass ich so Videos mache und so. Ich versuche dann wirklich dann dran zu ziehen, weil wenn die Ängste zu stark sind, dann gelingt mir eigentlich sehr, sehr wenig und alles ist mit großem Aufwand verbunden. Nichts macht Spaß, ja. Das alles ist ein Albtraum dann. Dankeschön für deinen Kommentar. Dankeschön, Beat oder Beat. Der nächste Kommentar ist von Lunix. Hey Lunix, ich freue mich wieder von dir zu hören. Hallo, danke für das Video. Ja, gern geschehen. Auch Dankeschön für deinen Kommentar. Das ist so gegenseitige Sache. Dankeschön. Mir geht es leider gar nicht gut. Ich bin wieder psychisch richtig abgestürzt. Das tut mir sehr leid. Du hattest ja schon letztes Mal gesagt, dass es dir nicht so gut geht. Also ist es nicht viel besser geworden. Ja, ich kann dir da leider nicht helfen. Ich kann dir nur sagen, nach jedem Regen kommt die Sonne. Das hört sich so dumm an, wenn man das sagt, wenn es einem ganz schlecht geht, weil meistens hilft dann eh nie, was ein anderer sagt. Ja, vielleicht auch mal spazieren gehen, mehr rausgehen. Vielleicht ist auch ein Hund was für dich, aber du arbeitest ja. Aber ja, irgendwie versuchen, das zu durchbrechen. Manchmal geht es ja und ich habe auch Zeiten, da geht das nicht. Da sehe ich das nicht. Da mache ich das, weiß nicht. Da klappt, gelingt das einfach nicht. Ich finde es auf jeden Fall scheiße, dass es dir nicht gut geht. Ich würde mir sehr wünschen, dass es dir endlich besser geht. Ich war auf deinem Kanal, du hast ja auch so einen Kanal, da hast du so einen Shorts gemacht. Ich bin da, Gobert. Finde ich cool. Würde mich auch freuen, wenn es dir Spaß macht, auch wenn du da mehr Videos machst. Vielleicht hilft dir das ja auch etwas mehr, Selbstbewusstsein zu bekommen oder darin irgendwie so deine Entspannung zu finden. Du hast ja mal gesagt, dass du öfters trinkst wegen der Arbeit und so. Und ich habe dir ja auch schon gesagt, dass das auf jeden Fall nicht gut ist. Ich kann das 100% verstehen. Ich war ja selber so. Aber langfristig ist es halt scheiße. Vielleicht, keine Ahnung. Hast du es nun mal versucht, nachts mehr spazieren zu gehen oder so. Irgendwas, was dir Spaß macht. Was macht dir denn am meisten Spaß? Es tut mir sehr leid, dass ich keine Hilfe so in der Form für dich habe. Trotzdem vielen Dank für deinen Kommentar. Ich freue mich immer wieder, wenn ich von dir lese, weil du bist schon sehr lange mit dabei. Und du bist auch einfach ein sehr ehrlicher Typ. Du sagst immer, auch wenn dir was nicht passt. Also wenn du wo denkst, ich würde irgendwie übertreiben oder Blödsinn erzählen, dann sagst du das auch offen und ehrlich. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Dankeschön dafür. Es geht weiter mit Blackburn. Blackburn hat geschrieben, Lust schon, aber wir kennen uns noch gar nicht. Wenn zu viele kommen würden, wenn sie nicht in meinem Alter sind, wenn es zu weit weg ist. Ich habe mich da, glaube ich, ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Es ist so, dass ich alleine in den Wald gehe mit dem Hund und darüber dann das filme und das dann später auf YouTube hochlade. Ist nicht so gedacht, dass ihr mitkommen könnt. Das wäre mir auch ein bisschen zu viel dran. Da kriege ich gleich, mein Rücken wird gleich krumm. Das wäre mir dann auch ein bisschen überfordernd, ja. Weil ich sagte ja einmal in dem Video davor, Junge, jetzt bin ich ganz durcheinander. Ich sagte irgendwie sowas wie, ich gehe dann in den Garten und ihr könnt in den Wald oder so. Irgendwie, das hatte ich auch so. Ich dachte auch so, was hast du da gesagt? Das hatte ich so angehört, als wenn ich euch in den Wald lasse und ich in den Garten gehe, ja. Es war natürlich nicht so gemeint. Wenn ihr dabei wärt, würdet ihr natürlich auch mit in den Garten kommen, ey, so unverschämt bin ich auch nicht. Ja, ich gehe schön in den Garten und ihr bleibt allein im Wald. Das war ein Missverständnis. Ja, Blackburn. Dankeschön für deinen Kommentar. Ja, Dankeschön. Der nächste Kommentar war unter so einem Short-Video. Das war so ein kleines Video, irgendwas mit meinem Hund. Da hat M. geschrieben, ist das sein Therapiehund? Armes Tier, der Typ braucht Elektroentkrampfung. Ähm, weiß nicht, dann guck dir die Videos doch nicht an, wenn du damit nicht umgehen kannst, mein Freund. Ja, das, dazu reicht. Ähm, Blueberry hat er auch beim Short gefragt, wo liegt denn momentan Schnee? Das war in Baden-Württemberg. Ich glaube, hier liegt der Schnee sehr lange, deswegen war hier noch Schnee. Dann habe ich noch einen Kommentar von Light Generate. Der hat geschrieben, ich habe Angst vorm Einkaufen, also immer, wenn ich an der Kasse stehe. Das hatte ich früher auch sehr stark. Ich bin nicht einkaufen gegangen, wenn ich irgendwie gesehen habe, die Kasse ist voll. Ich habe vorher das Geld tausendmal nachgezählt, dass da bloß nicht eine Situation entsteht, die mir peinlich ist. Mittlerweile kann ich sagen, das geht. Ich habe manchmal immer noch Angst, aber es ist okay. So ist es okay für mich. Damit kann ich einkaufen gehen. Aber ich kann das verstehen. Wie sich das aufgelöst hat, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ja. Es hat einfach irgendwann, weiß nicht. Vielleicht habe ich es hinterfragt, was passieren würde, wenn das Geld vielleicht nicht passend ist. Wenn vielleicht doch jemand mit mir reden würde oder so. Dass ich dann gesehen habe, dass da eigentlich im Grunde nichts Schlimmes passieren kann. Ich weiß nicht, warum das weg ist. Aber Dankeschön, dass es weg ist. Dankeschön, dass es weg ist. Ich hatte noch andere Kommentare hier. Die habe ich noch nicht beantwortet, weil ich die auch mal im Video beantworten wollte. Und jetzt finde ich die einfach nicht mehr. Dann ist noch ein Kommentar von Atomic. Hast Angst vor dem Telefonieren, aber nicht vor tausenden Leuten offen über deine Krankheit reden. Respekt, also wirklich Respekt. Atomic, sorry, ich werde auch weiterhin Videos machen, auch wenn dir das irgendwie dann nicht passt. Ja, das kann doch keine soziale Phobie sein, ja. Du machst Videos, aber kannst nicht vor tausenden Leuten reden. Ich rede ja nicht live mit denen. Wenn dir das nicht irgendwie auffällt oder klar ist, dann keine Ahnung. Ist halt einfach so Atomic, dass ich, wenn ich Videos mache, ich habe es ja auch schon am Anfang gesagt. Manchmal habe ich Tage, da mache ich keine Videos, weil ich unsicher bin, Angst habe. Also diese Angst existiert da auch. Aber es ist ein ganz großer Unterschied, ob ihr hier gerade vor mir steht in Wirklichkeit oder ob ich in die Kamera rede. Denn jederzeit, wenn ich mich verhaspel, kann ich die Kamera ausmachen. Ich kann jederzeit aufhören. Ich kann einfach das nicht hochladen. Das ist so etwas ganz anderes. Gefühlt etwas ganz anderes, Atomic. Also, ich weiß nicht. Mach dir mal vielleicht Gedanken. Überleg mal, ob das wirklich so gleich ist, wenn man echt zu Leuten redet oder ob man in der Videokammer redet. Ob das irgendwie das Gleiche ist. Ich denke mal nicht. Edgar Stelzer hat geschrieben, die Angst lähmt mich, es ist die Hölle. Zum Videotelefonieren Angst. Ja, ich verstehe es, wie gesagt. Wenn man sehr viel Angst hat, lähmt das richtig. Man kriegt einfach nichts mehr hin. Die Worte fehlen ein. Es ist eine Katastrophe. Man hat keinen Bock mehr. Es ist zu viel. Ja, das kennt, glaube ich, jeder, der eine Sozialophobie hat. Ich merke gerade, dass hier richtig viele Kommentare sind, die ich noch nie gesehen habe, meine Freunde. Das tut mir jetzt richtig leid. Die habe ich auch gar nicht beantwortet. Ich weiß nicht, warum ich die... Ich habe ja noch ein anderes Handy. Auf dem Handy sehe ich viel mehr Kommentare. Die habe ich noch nie zuvor gesehen. Ermedia hat zum Beispiel geschrieben, du hast es gut geregelt. Hut ab. Wie hast du eigentlich deine Frau kennengelernt, trotz Sozialophobie? Das hatte ich mal in einem Video gesagt. Ich glaube, mein Leben oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber dank Alkohol habe ich das dann geschafft, sie kennenzulernen. Ansonsten wäre mir das gar nicht möglich gewesen. So peinlich. Ich war so betrunken. Ich hätte sie sonst nicht kennengelernt. Ja, ist so. Ist so. Meine Lieben, das war es erstmal wieder von mir. Ich werde eure Kommentare noch beantworten über diese App hier. Und auch die Kommentare, die ich noch nicht gesehen habe. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich habe die wirklich gerade jetzt, just in this moment, entdeckt, dass da viel mehr Kommentare sind. Ich versuche immer alle zu beantworten. Manchmal dauert es was. Aber ich dachte eigentlich, ich hätte alle beantwortet. Keine Ahnung, warum das hier so unterschiedlich ist. Ich wünsche euch alles Beste. Seid immer schön mutig. Und wir sehen uns schon bald wieder. Bis dahin, Sebastian. Adieu. Ciao. Jetzt muss ich noch mit meinem Therapiehund raus. Junge, der hat mich echt schön therapiert, der Hund.